Jawor ist eine Kreisstadt in der polnischen Wojewutschaft Niederschlesien. Bekannt ist die Stadt durch ihre Friedenskirche, die seit 2001 zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Geografische Lage Die Stadt liegt in Niederschlesien an der wütenden Neiße, rund 70 Kilometer westlich der Stadt Breslau und gehört der Euregion Neiße an. Stadt Wappen Schutzpatron der Stadt ist der HL Martin von Thurs. Schon 1300 zeigte das älteste Siegel der Stadt eine Darstellung der Legende vom HL Martin, wie er seinen Mantel mit dem Bettler teilt. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts bis um 1945 bestand das Stadt Wappen aus zwei gesonderten Schilden. Auf dem rechten das rot-schwarze Schachbrett der Schweidnitzer Kasten, auf dem linken der heilige Martin, das amtliche Stadt Wappen enthält den HL Martin in blauem Felde auf einem Schimmel mit rotem Mantel. Der dem auf dem Boden sitzenden halbnackten Bettler in weiß seinen Mantel herabreicht. Geschichte Der Name der Stadt in der heutigen polnischen und gleichzeitig der alten deutschen Schreibweise erscheint erstmals in einem Dokument vom 12. April 1177 und ist slawischen Ursprungs. Das Gebiet war bereits vor dem Jahr 1000 bewohnt, was durch die vielen Urnenfunde in der Stadt und im benachbarten Dorf Altjauer bezeugt wird. Das genaue Datum für die Stadtgründung Jawors nach dem Magdeburger Recht ist unbekannt. Jedoch ist für das Jahr 1242 für Jauer ein Pfarrer Valentinus belegt, der als Zeuge einer Schenkungsurkunde für das Kloster Tretnitz auftrat. Jauer entwickelte sich vor allem als Stadt der Handwerker und Ackerbürger sowie als Erholungsort für Kauf- und Fuhrleute. Da sie neben wichtigen Handels- und Militärstraßen aus Breslau, Streekau, Goldberg und Löwenberg lag, die sich hier begegneten. Die Handelswege Dresden, Breslau und Lignitz-Prag kreuzten sich in Jauer. Im Jahr 1278 wurde Jauer Sitz eines herzöglichen Vogts, wodurch es in den Rang einer Haupt- und Residenzstadt des unabhängigen piastischen Herzogtums Jauer erhöht wurde. Damit verbunden war eine größere politische Bedeutung. Doch eine fürstliche Residenz ist Jauer trotz des Titels der Herzöge, Herr von Jauer, nie gewesen, Herzog Heinrich I. War der Stadt sehr verbunden, hielt sich jedoch häufig in den Städten Ambober, Hirschberg, Bunzlau und Löwenberg auf, von wo er zahlreiche Reisen in die benachbarten Lausitzen unternahm. Trotzdem förderte er seine Hauptstadt, der er mehrere Privilegien verlieh, z.B. 1326 DK Sekunden Meilenrecht. Das die Ausübung des Bäckerhandwerks und das Bierbrau-Monopol einschloss. Und ein 1329 DK Sekunden Privileg des freien Salzhandels sowie die hohe und niedere Gerichtsbarkeit. Das Münzrecht übte Heinrich I. gemeinsam mit Bolko II. und Heinrich II. von Schweidnitz aus. Die Münzstätte befand sich in Löwenberg. Im Jahr 1368 starb Herzog Bolko II. Der Kleine, mit dem die Schweidnitzer Linie der schlesischen Piasten erlosch. Er hatte sein Herzogtum testamentarisch seiner Nichte Anna von Schweidnitz, Gemahlin des Kaisers Karl IV., bzw. deren Nachkommen vererbt. Dadurch gelangte es 1368 an, an das Sohn, den böhmischen König Wenzel bzw. an die Krone Böhmen. Allerdings stand Bolkos Witwe Agnes von Habsburg ein lebenslanger Nisbrauch zu. 1371 verlieh Agnes der Stadt das Münzrecht für Silbermünzen. Sie wohnte zeitweise in einem Palast neben dem Liegene Zatur, dessen Kellermauern aus dem 14. Jahrhundert erhalten sind. Sie schützte die Juden, deren Viertel schon im Jahr 1356 erwähnt wurde. Das Schloss Jauer wurde nach ihrem Totsitz des königlichen Landeshauptmanns, der dort bis 1741 residierte. Unter der Krone Böhmens Anfang des 14. Jahrhunderts veranlasste König Wenzel einen Umbau des Schlosses, das um den Westflügel erweitert wurde. 1404 erhielt die Stadt das Privileg, zusätzlich zudem seit 1339 existierenden Donnerstagsmarkt einen Samstagsmarkt abzuhalten, der dem Getreidehandel vorbehalten war. Während der Hossitenkriege wurde 1428 die Umgebung verwüstet, die Stadt selbst blieb jedoch verschont. Zusammen mit Breslau und Schweidnitz kämpfte Jauer 1434 gegen die Hosebten, sodass es gelang, diese aus den Herzogtümern zu verjagen. Im selben Jahr stellten die Fürstentümer Jauer und Schweidnitz eine Armee von 400 Berittenen auf, die das Unwesen des herrschenden Raubrittertums verfolgen sollten. 1454 machte der Wanderprediger Johannes Kapistranus auf seinem Weg aus Breslau nach Prag in Jauer Station und predigte hier gegen Hossiten und Juden. Nachfolgend wurden 17 Jauer-Schehjuden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Einige Jahre später wurden die Juden aus Jauer ausgewiesen. 1459 nahm der böhmische König Georg von Podibrat in Jauer die Huldigung der Stände entgegen. Nachdem der böhmische König Ludwig II. in der Schlacht bei Mohäcks getötet worden war, fiel die böhmische Königswürde 1526 an Ferdinand I. aus der Dynastie der Habsburger. Nachfolgend waren diese in ihrer Eigenschaft als Könige von Böhmen bis 1742 auch Herzöge von Schlesien. Jauer bekannte sich zu dieser Zeit zur Reformation, der erste evangelische Prediger Samuel Frenzel wurde 1526 nach Jauer berufen. Um 1559 war Jauer ein Zentrum des schlesischen Leinenhandels. Seit 1543 verfügte die Stadt über eine Badeanstalt. 1564 stellte sie einen Stadtphysikus und 1586 einen Wundarzt an. 1618 zählte sie 1400 Einwohner. Im Dreißigjährigen Krieg standen die Jauer-Schen-Stände auf der Seite der Protestanten. Sie huldigten 1620 dem Winterkönig Friedrich V. von der Pfalz auf dem Jauerer Schloss, zwei Jahre später dem sächsischen Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen, der als Vertreter des Kaisers Ferdinand II. nach Jauer kam. 1626 bis 1627 musste Jauer 1200 Soldaten aus dem Herr Wallensteins versorgen. 1629 bis 1644 fiel Jauer mehrmals in die Hände verschiedener gegnerischer Armeen. Die Katholiken verjagten die protestantischen Geistlichen und die Schweden, die katholischen. Unabhängig vom Bekenntnis waren Österreicher, Schweden und Sachsen an den Plünderungen und Zerstörungen beteiligt. 1644 bis 1648 hielten die Schweden die Stadt besetzt. Am 25. Juli 1648 belagerte der Lignitzer kaiserliche Kommandant Jauer. Nach heftigen Kämpfen kapitulierten die Schweden. Für ihre Zusammenarbeit mit den Schweden mussten die Jauranner, mehrheitlich Protestanten, Bestrafungen hinnehmen. Die Stadt wurde in Brand gesteckt und verwüstet. Nur das Rathaus, die Kirchen Sankt Martin und das Kloster sowie einige Bürgerhäuser am Ring wurden verschont. Bei Kriegsende 1648 zählte die Stadt nur 150 Einwohner. 1653 bereiste eine kaiserliche Kommission Jauas Umgebung und gab alle ursprünglich katholischen Kirchen an den katholischen Klerus zurück. Da die Bevölkerung der Gegend mehrheitlich lutherisch war, musste sie die Gottesdienste im benachbarten Herzogtum Lignitz besuchen. Dessen piastische Fürsten Protestanten waren und Religionsfreiheit gewährten. 1654-55 erfolgte der Bau der evangelischen Friedenskirche zum Heiligen Geist. Sie war neben Glogau und Schweidnitz eine der drei Friedenskirchen, die den schlesischen Protestanten im westfälischen Frieden von 1648 zugestanden wurden. Nach Abschluss der Altranstädter Konvention konnte die Friedenskirche 1709 um einen Glockenturm erweitert werden. 1680 wurde Jaua von einer Pest-Epidemie heimgesucht. Otto Christian Ockel eröffnete 1683 die erste Buchdruckerei in Jaua. Von wirtschaftlicher Bedeutung war die Einführung des Postverkehrs Anfang des 18. Jahrhunderts. Unter preußischer Herrschaft im Ersten Schlesischen Krieg besetzte Friedrich der Große am 26. Januar 1741 Jaua. Am 23. Februar wurde der kaiserliche Landeshauptmann aus dem Jaua-Schen-Schloss verjagt. Nach Kriegsende 1742 kam Jaua zusammen mit dem größten Teil Schlesiens an Preußen. In der Nähe von Jaua wurde am 4. Juni 1745 die Schlacht bei Hohenfriedberg ausgefochten. Im Siebenjährigen Krieg wurde Jaua 1756 von österreichischen und ungarischen Truppen eingenommen und der preußische Magistrat aufgelöst. Jaua und das Fürstentum huldigten Maria Theresia in ihrer Eigenschaft als Königin von Böhmen. Nach der Schlacht bei Leuten 1757 kehrten die preußischen Behörden zurück. Im August 1761 plünderten russische Verbündete Maria Theresia das Jaua-Sche-Gebiet. Nach Beendigung der Schlesischen Kriege 1763 stabilisierte sich die Lage, jedoch wurde Jaua mit einer großen Schuldenlast belegt. Am 2. August 1776 vernichtete ein großer Brand in Jaua 137 Häuser. Nach Besichtigung der Schäden gewährte Friedrich II. der Stadt zum Wiederaufbau eine Geldsumme von 106.000 Talern und entsandte einen Baumeister, der den Aufbau leitete. Das Aussehen der Stadt geht im Wesentlichen auf dessen Planung zurück. Im Jahr 1788 etablierte sich in Jaua ein Fusilier-Bataillon als ständige Garnison. Durch die dritte Teilung Polens 1795 fiel der größte Teil Westpolens mit Warschau an Preußen. Von preußischen Behörden ermuntert wanderten viele Handwerker aus Jaua und dem Fürstentum nach Polen aus. Besonders in zu Schlesien benachbarte Gebiete. In den Napoleonischen Kriegen erhielt Jaua nach der Niederlage Preußens bei der Schlacht bei Jena und Auerstedt während der Franzosenzeit eine französische Besatzung und musste eine große Kontribution zahlen. Im Befreiungskrieg 1813 war das Lütz-Oschekower in Jaua stationiert. Am 26. August fand in unmittelbarer Nähe der Stadt die Schlacht an der Katzbach statt. Die preußische Verwaltungsreform löste das Fürstentum Jaua 1807 auf. Nach der Neugliederung Preußens gehörte Jaua seit 1815 zur Provinz Schlesien und war 1816 bis 1945 Zentrum des Landkreises Jaua. Im Jahr 1818 gab die Stadtverwaltung die erste Zeitung, die Jaua-Scheh-Zeitung heraus, die bis 1945 erschien. 1822 erhielt die Stadt eine Straßenbeleuchtung. Im selben Jahr wurde eine reguläre Post-Kutschen-Verbindung eingerichtet. Wegen der Krise der schlesischen Leinwandindustrie und der Absatzmärkte für Handwerksprodukte wanderten viele Handwerker nach Russisch-Bolen aus, da die russischen Behörden eine leichte Existenzgründung versprachen. Die Ausgewanderten gründeten dort deutsche evangelische Gemeinden, die bis 1945 und teilweise noch immer als polnische evangelische Gemeinden bestehen. 1844 wurde der Stadtpark angelegt, 1856 erhielt die Stadt Eisenbahnanschluss. Um für die stetig wachsende Bevölkerung mehr Baufläche zu erlangen, wurden 1866 die Stadtmauern geschleift. Im selben Jahr wurde das Kreiskrankenhaus errichtet und ein 1869 die Kasekunden städtische Gymnasium eröffnet. 1901 erhielt Jaua ein Telefonnetz. 1911 schenkte der Dresdner Großgaufmann Bruno Fuchs aus Jaua gebürtig. Der Stadt 5000 Gold mag für die Anlage eines neuen Stadtparks jenseits der wütenden Neiße, der nach dem Stifter benannt wurde. In den Jahren 1914 bis 1916 wurde die Stadt kanalisiert. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Jaua 1919 elektrifiziert. Die neue preußische Verwaltungsreform löste 1932 den Kreis Jaua auf und gliederte die Stadt dem Landkreis Lignitz an. Nach der Machtübernahme durch die NSDAP 1933 wurde der Kreis Jaua mit Bolkenhain neu gebildet. Im selben Jahre übernahm die Stadt die Leitung des Theaters, das in niederschlesisches Landestheater umbenannt wurde und nachfolgend in zahlreichen benachbarten Orten Niederschlesiens spielte. 1935 wurde das Olympische Schwimmbecken eröffnet, dem 1936-37. einer DK-Sekunde-Sportstadion im Stadtpark folgte. Der langjährige Bürgermeister Heinrich Evert tat zurück. Der zeitweilige Kreisleiter der NSDAP, Erich Zschäppe, übernahm das Amt des Bürgermeisters und blieb bis 1945. 1939 zählte Jauer 13.847 Einwohner. Davon 75% protestantisch und 25% katholisch. Die Stadt wurde dem Ferngasnetz der Ferngas AG Schlesien angeschlossen, die alte Gasanstalt stillgelegt. Die Stadt verfügte über ein Lyzeum, eine städtische Berufsschule und eine Landwirtschaftsschule. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs begann am 6. Februar 1945 die Evakuierung von Teilen der Zivilbevölkerung nach Böhmen. Am 12. Februar 1945 wurde die Stadt von der Roten Armee eingenommen. Am 13. und 14. Februar steckten sowjetische Soldaten die Stadt in Brand, wodurch zwei Ringseiten mit historischer Bausubstanz zerstört wurden. Am 28. April wurde Jauer von den sowjetischen Militärbehörden unter polnische Verwaltung gestellt. Die deutsche Stadt wurde in Javor umbenannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg in der Folgezeit wurde die eingesessene Bevölkerung von der örtlichen polnischen Verwaltungsbehörde vertrieben und durch Polen ersetzt. Die in Javor neu angesiedelten Bewohner hatten zum Teil polnischen Minderheiten in Gebieten östlich der Körsenlinie angehört. Diese Gebiete waren nach Ende des Ersten Weltkriegs im polnisch-sowjetischen Krieg erobert worden und mussten nach dem Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion abgetreten werden. Angehörige nationaler Minderheiten in diesen Gebieten waren von den sowjetischen Behörden nach Kriegsende vor die Wahl gestellt worden, entweder eine neue Staatsangehörigkeit zu akzeptieren oder aussiedeln zu müssen. In den Nachkriegsjahren wurde in den enteigneten Industriebetrieben die Produktion wieder aufgenommen. Der Wiederaufbau der zerstörten Teile des Rings erfolgte in den 1960er Jahren. In den 1970er Jahren förderten polnische staatliche Stellen den Ausbau der Industrie, die weitgehend an den Bedürfnissen des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe ausgerichtet war. Wegen der Zunahme der Bevölkerung wurden seit den 1970er Jahren mehrere Wohnsiedlungen errichtet. Die Verwaltungsreform von 1975 richtete anstelle der Kreise kleinere Woiwotschaften ein. Die Stadtgemeinde Jalvor gehörte bis 1998 zur Woiwotschaft Lignitz. Nach Ende des Kommunismus 1989 hatte die Industrie zunächst mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen. Die Zahl der Arbeitslosen betrug 25%. Auf Initiative des Kulturdezernenten der Stadt Josef Nowere erschien die Gazette Jaworska, die in den nächsten fünf Jahren etwa 300 Artikel über die bisher weitgehend verdrängte deutsche Vergangenheit von Jauer herausbrachte. 1995 bis 2003 wurde die Evangelischen Friedenskirche mit Mitteln der UNESCO, der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Der Europäischen Union und der Familie von Richthofen vollständig renoviert im Juli 1997 richtete ein Hochwasser größere Schäden an. Im selben Jahr erhielt das Haus am Ring, in welchem die Jaworsche-Dichterin Henriette Hanke fast ihr ganzes Leben verbracht hatte, eine Gedenktafel. Eine weitere Gedenktafel wurde im Jahr 2000 am Haus Nummer 34 am Ring zum Gedenken für den Dichter Johann Christian Günther angebracht, der hier mehrmals wohnte. Sie wurde von der Heimatgruppe Jauer aus Herne gestiftet. Von der Gazette Jaworska wurde im September 1996 eine Brotmesse initiiert, an der Bäcker und Zuckerbäcker aus Polen, Sachsen und Tschechien teilnehmen und auf der sie ihre Produkte ausstellen. Diese Messe findet seitdem jährlich im September statt. Seit einer erneuten Verwaltungsreform 1999 gehört Jawa zur Wojewirtschaft Niederschlesien. Der neue Powiat Jaworski umfasst auch Gemeinden und Ortschaften, die bis 1807 zum Herzogtum Liednitz gehörten und verlor Gemeinden aus dem alten Fürstentum Jawa. 2005 wurde das Herzogtum Schweidnitz-Jawa symbolisch wiederhergestellt, als eine Form der Zusammenarbeit zwischen den Kreisen Schweidnitz und Jawor und den Städten Bolkenhain, Jawa und Schweidnitz. Die übrigen Kreise des alten Herzogtums blieben vorerst dem Zusammenschluss fern. Verkehr Der Bahnhof Jawa liegt an der Bahnstrecke Katowice-Legnecke. Die nach Osten führende Kleinbahn Jawa-Malch ist stillgelegt. Die nach Süden führende Bahnstrecke Jawa-Rostocker wird nur noch ein Stück als Anschluss betrieben. Städte Partnerschaften Niski, Sachsen Törnov, Tschechien Sehenswürdigkeiten Kirchengebäude Die barocke evangelische Friedenskirche zum Heiligen Geist wurde 1654 bis 1655 nach Plänen des Architekten Albrecht von Sebesch errichtet. Die Pfarrkirche Sankt Martin wurde 1242 erstmals erwähnt, 1330 bis 1370 neu errichtet und in den nachfolgenden Jahrhunderten mehrmals umgebaut. 1526 bis 1650 diente sie als protestantisches Gotteshaus. Sie besitzt wertvolle Steinarbeiten aus der Renaissance sowie eine reiche Innenausstattung mit Schnitzarbeiten und Gemälden aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das Gemälde des Hauptaltars Glorie des HL. Martin Schuhfelix Anton Schäffler Die Gemälde der Seitenaltäre Michael Willmann Der Gebäudekomplex des ehemaligen Bernhardiner Klosters sowie die Klosterkirche Sankt Maria wurden 1486 bis 1492 als Stiftung des Landeshauptmannsbischof Johann von Wart ein für die Franziskaner Observanten errichtet. Es diente 1565 bis 1613 als Ammenhaus und danach als evangelische Schule. 1638 wurde es auf Veranlassung des Kaisers Ferdinand III. den Bernhardinern übergeben und 1810 säkularisiert. Bis 1945 diente es als Landwehrzeughaus. Heute beherbergt es ein Regionalmuseum und eine Galerie für schlesische Sakralkunst. Die nördlich des Rings gelegene St. Barbara Kapelle wurde vermutlich im 13. Jahrhundert errichtet und 1311 umgebaut. Ein weiterer Umbau erfolgte 1786. Seit 1846 diente sie als Begräbniskapelle. Die südlich des Rings gelegene St. Adalbert Kapelle wurde um 1364 als Synagoge errichtet. Nach der Vertreibung der Juden 1420 wurde sie zur Hospitalkapelle umgebaut und 1729 grundlegend verändert. Das danebenliegende Hospital von 1446 wurde im 18. Jahrhundert modernisiert und 1945 zerstört. Rathaus, Wohnhäuser, Schloss und sonstige Bauten Das Rathaus wurde um 1896 an der Stelle eines gotischen Vorgängerbaus aus dem 14. Jahrhundert im Stil des Historismus neu errichtet. Der gotische Turm stammt aus dem Jahr 1537. Von der Ringenbebauung aus dem 16. und 19. Jahrhundert mit Renaissance- und Barockfassaden sowie Lauben sind nur die südlichen und westlichen Bürgerhäuser erhalten geblieben. Die 1945 zerstörten Teile wurden in den 1960er Jahren durch moderne Bauten ersetzt. Der Stregenturm aus dem 14. Jahrhundert ist der einzige erhaltene Wertturm des ehemaligen Stregauer Tors. Von der Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert sind noch Fragmente erhalten. Das Schloss der Piastenherzöge südwestlich vom Ring wurde vermutlich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts als Sitz eines Landvogts errichtet und erstmals 1292 erwähnt. Es wurde von den Herzögen von Schweidnitzjauer ab 1274 ausgebaut, mit Wellen und Gräben geschützt und um 1300 mit einer Wehrmauer umgeben. Weitere Erweiterungen erfolgten durch Boyko II sowie Anfang des 15. Jahrhunderts durch den böhmischen König Wenzel IV. Nach einem Brand erfolgte 1552 bis 1568 ein Umbau zu einem Renaissance-Schloss. Nach dem Brand von 1648 wurde es 1663 bis 1665 durch Otto von Nostiz grundlegend umgebaut. Das Theater wurde 1799 durch einen Umbau der ehemaligen Tuchhallen errichtet und 1867 zu einem Bank- und Auktionshaus umgebaut. Ab 1875 diente das Obergeschoss wiederum als Theater und wurde 1925 bis 1926 modernisiert. Der Zuschauerraum ist im Stil der Neo-Renaissance ausgeführt. An der Stelle des ehemaligen Palastes der Herzogin Agnes neben dem Ligenitzer Tor wurde 1778 bis 1822 ein klassizistischer Bau errichtet. Im Keller befinden sich noch Mauern aus dem 14. Jahrhundert. Söhne und Töchter der Stadt Nikolaus Magny von Jauer, Rektor der Karls-Universität Prag und der Universität Heidelberg. Georg Friedrich Schröer, lutherischer Theologe. Christoph Hackner, Architekt. Franz Dominikus von Almislö, Weihbischof in Breslau. Karl Friedrich Flögel, Kultur- und Literaturhistoriker. Heinrich Gottfried von Matuschka, Butanika. Henriette Hanke, Schriftstellerin. Friedrich Müller, Reichstagsabgeordneter. Karl Peschke, deutscher Sozialdemokrat und Unternehmer. Arthur Lieutenant, deutscher Politiker. Ludwig Manfred Lommel, schlesischer Humorist. Gerhard Bersou, Historiker und Archäologe. Heinz Schön, deutscher Sachbuchautor und Archivar. Peter Fay, deutscher Professor für Informationstechnik.